Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Niki. Der Niki ist ein aromatischer Cocktail mit Sodawasser. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 3cl Gin, 3cl Apricot Brandy, 1cl brauner Rum, 1cl frisch gepresster Zitronensaft, 7cl Sodawasser, Scheibe Zitrone, Eis. Folgende Utensilien werden benötigt. Longdrinkglas, Stirrer, Trinkhalm, Zubereitung Eiswürfel in ein Longdrinkglas geben, Gin, Apricot Brandy und Rum dazugeben, mit einem Stirrer verrühren, mit Sodawasser auffüllen, mit einer Scheibe Zitrone dekorieren, mit einem Trinkhalm servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Trinkhalm, Merseiten Vielen Dank.